In Deutschland laufen die Impfungen gegen Covid-19 seit knapp vier Monaten. Das Impftempo hat nach anfänglichem Problem rasant an Pfade aufgenommen und immer mehr Altersgruppen dürfen sich die erlösende Spritze verabreichen lassen. Ich wurde vergangenen Freitag geimpft. Natürlich habe auch ich viele Fragen vorab gehabt über die Präparate, die von der EU zugelassen sind. Was sind die sogenannten Vektor-Impfstoffe oder mRNA-Impfstoff? Wo liegen die Unterschiede? Ich habe den Biotech Pfizer bekommen. Die Apotheken Umschau hat in einem Ratgeber-Video zusammengestellt, was genau der mRNA-Impfstoff ist und wie er wirkt. Wie funktioniert ein mRNA-Impfstoff? Das Coronavirus benutzt sogenannte mRNA für seine Vermehrung im menschlichen Körper. mRNA steht für Messenger-Ribonukleinsäure. mRNA kommt auch in unseren Zellen vor. Sie hilft bei der Produktion von Eiweißen, indem sie deren Bauplan aus unserem Erbgut übersetzt. WissenschaftlerInnen haben den Teil der Virus mRNA ausfindig gemacht, der nur die Informationen für bestimmte Eiweiße der Virushülle enthält. Dieser Teil der Virus mRNA lässt sich künstlich herstellen. Bei der Impfung werden diese künstlichen mRNA-Bruchstücke in den Oberarmmuskel gespritzt. Die künstliche mRNA wird in Körperzellen aufgenommen. Die Zelle beginnt dann, mithilfe der mRNA Oberflächeneiweiße herzustellen. Die mRNA verändert unser Erbgut dabei nicht. Die Oberflächenproteine, die am Ende herauskommen, sehen genauso aus wie die, die ein vollständiges Coronavirus trägt. Sie werden von speziellen Zellen des Immunsystems präsentiert. So können andere Abwehrzellen sie als Fremdkörper erkennen. Diese Zellen beginnen wiederum damit, Abwehrstoffe, also Antikörper, dagegen herzustellen. Antikörper sind ebenfalls Eiweiße. Sie binden an die Viruseiweiße und machen sie unschädlich. Wenn jemand geimpft ist und sich mit dem Coronavirus infiziert, erkennen die Immunzellen im Blut das Viruseiweiß sofort wieder und beginnen mit der Antikörperproduktion. Die Antikörper fangen das Virus ab, machen es unschädlich und verhindern damit, dass es uns krank macht. Bei Docu Berlin, eigentlich eine Praxis, die spezialisiert ist auf plastische und ästhetische Chirurgie, wird seit kurzem jen Freitag geimpft. Ich habe BioNTech-Pfizer bekommen. Vor der Impfung fand ein ausführliches Beratungsgespräch mit Frau Dr. Annette Kleinschmidt statt. Sie hat mir gleich meine Nervösität genommen. Frau Dr. Kleinschmidt, ich wurde gerade geimpft und vorher gab es ein Aufklärungsgespräch. Wie findet das alles statt? Grundsätzlich haben wir uns dem kassenärztlichen Dienst angeschlossen und impfen hier impfwillige Patienten, die entschlossen sind, sich mit BioNTech oder mit AstraZeneca impfen zu lassen. Das Ganze wird organisiert von meinen Mitarbeitern. Ja, in den letzten Monaten haben wir von den Patienten und von allen Mitarbeitern immer wieder gehört, dass langsam dieser Corona-Blues eingetreten ist. Und ich habe gesagt, ich habe eigentlich keine Lust mehr, ständig das Gejammert zu hören, sondern wir müssen mitmachen und mit nach vorne gehen. Weil Sie ja was anderes machen eigentlich hier in Ihrer Praxis. Genau. Und der eigentliche Kern meiner Praxis ist eine Praxis für plastische und ästhetische Chirurgie. Das heißt, wir machen hier Menschen schöner, frischer, glücklicher. Und das ist sozusagen ein Segment, welches unter Corona-Zeiten halt hervorragend läuft, weil die Patienten viel mehr Zeit haben, viel mehr Ruhe haben, nicht mehr so viel reisen und dadurch tatsächlich auch ihr Geld in lang gehegte Wünsche hinsichtlich plastisch-ästhetischer Operationen investiert haben. Und ich habe gesagt, ich gebe den Freitag sozusagen frei. Die Betriebskosten sind natürlich für eine plastisch-ästhetische Praxis mit eigenem OP-Betrieb höher, als das, was durch den Kassenarztsatz für die Impfung einzuholen ist. Dennoch haben wir gesagt, wir machen das. Alle haben gesagt, wir machen es ehrenamtlich. Wir haben uns die Tools besorgt, um das Ganze zu administrieren und haben sozusagen bei der KV einen Antrag gestellt, dass wir jede Woche einmal impfen werden. Das machen wir insgesamt von April bis Mitte Juli. Und ganz wichtig, wir sind jetzt schon in den Zweitimpfungen. Wir kriegen natürlich nur eine bestimmte Dosis. Wir werden hier leider überrannt. Sie verimpfen alles? Wir verimpfen nicht alles. Wir machen das sehr differenziert. Wir schauen uns sehr genau an, was die Patienten haben. Deshalb stockt es auch manchmal und dauert doch ein bisschen länger, wenn die Patienten Nebenerkrankungen haben. Da ich tatsächlich der Auffassung bin, dass man nicht jeden einfach so impfen kann. Dennoch ist sozusagen das Ziel, dass hier Impfwillige, die entschlossen sind, natürlich nach Priorisierung, ganz klar. Die ersten Wochen hatten wir tatsächlich noch ganz viele Patienten, die noch in der Prio-Kette 2 nicht durchgeimpft waren. Angehörige von Behinderten, Angehörige von krebskranken Patienten. Die hatten natürlich bei uns oberste Priorität. Und wir stellen die Impfdosen ins Netz immer Mittwochabend bzw. Donnerstagmorgen, die frei sind über Dr. Lib. Wir können, das betone ich hier ganz bewusst, nicht leisten, Impf-Battle-Mails anzunehmen, weil wir werden davon wirklich überrannt. Und das ist nicht Sinn der Sache, sondern wir haben gesagt, wir stellen das rein, was wir haben, was da ist. Und ansonsten müssen wir natürlich jetzt auch erst mal für die Erstgeimpften die Zweitimpfung absichern und können nur das verimpfen, was wir tatsächlich haben. Mir wurde gerade BioNTech verimpft. Sie hatten aber auch eine Dosis AstraZeneca da und das darf ich nicht bekommen, nicht wahr? Genau, ich halte mich ganz strikt an die Leitlinien der STIKO, die zuständige Impfkommission in Deutschland. Die Empfehlungen haben sich in den letzten Wochen vielfach geändert. Aktuell ist es sogar so, dass man AstraZeneca impfen dürfte, auch bei Frauen. Ich bin da tatsächlich vorsichtig aufgrund der bekannten Nebenwirkungen der Sinusvenenthrombosen und dass auch wir, meine Praxismitarbeiter und ich, wir sind selber mit AstraZeneca geimpft und hatten tatsächlich starke Nebenwirkungen und haben deshalb tatsächlich auch gesagt, dass wir Frauen damit nicht impfen. Ja, aber wir wissen, dass die Männer es unglaublich gut vertragen und deshalb bestellen wir tatsächlich auch AstraZeneca und impfen Ü65 und Männer, jüngere Männer mit diesem Impfstoff. Gibt es eine zusätzliche Unterstützung, die Sie sich von der Gesundheitspolitik wünschen? Ja, weniger Bürokratie und mehr Impfstoff. Ja, also wir sind hier ein sehr leistungsstarkes Team. Wir haben damit begonnen, meine OP-Schwester Janina Scheras, eine Freundin aus der Wirtschaft, die gerade Zeit hat, Linda Mihalic und ich, das Ganze zu organisieren. Und wie gesagt, wir sind ein sehr leistungsstarkes Team. Wir haben es zum Teil geschafft, in einer Stunde über 60 Impfungen, beziehungsweise halt, Entschuldigung, 50 Impfungen zu machen. Aber man muss halt sagen, die Administration erfordert so viel Aufwand, dass das einfach schlichtweg nicht möglich ist. Die Patienten müssen aufgeklärt werden, sie selbst hatten Allergien, ja, in der Voranamnese, das muss hinterfragt werden und die Patienten auch aufgeklärt werden, wie ist das Verhalten im Falle einer allergischen Reaktion. Und das muss natürlich seriös laufen, um hier auch entsprechend den Patienten ein gutes und sicheres Gefühl zu vermitteln. Das tun Sie. Sie geben nicht nur Ihren Patienten Gesundheit, Schönheit, jetzt gehen Sie in die sogenannte wichtige Impfung. Sagen Sie mir nochmal, wie wichtig es ist, sich impfen zu lassen. Ja, aus meiner Sicht sprechen die Inzidenzzahlen gerade für Impfen. Seit wir großflächig die Hausarzt- beziehungsweise auch Facharztpraxen mitimpfen zu den Impfzentren und tatsächlich die geimpften Personen deutlich zunehmen von Woche zu Woche, muss man klar sagen, gehen die Inzidenzzahlen nach unten, was finde ich bändisch spricht. Und der einzige Weg in die Normalität zurück ist Impfen. Und aus dem Grunde haben wir gesagt, wir machen mit, wir verdienen gut in dieser Praxis und von Montag bis Donnerstag operieren wir sehr viel Brüste, Gesicht, Facelifts, Oberlider, Unterlider, Bruststraffung, Brustvergrößerung, Bauchdecken, Fettabsaugung und so weiter. Auch plastisch-rekonstruktive Eingriffe. Und so können wir es uns erlauben, den Freitag nur fürs Impfen freizugeben und da unseren kleinen Beitrag für diese Gesellschaft zu tun. Vielen Dank, Frau Dr. Klett. Sehr gerne. Weitere Infos über die Covid-19-Schutzimpfung gibt es unter Dr. Lieb, auf der Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit, des Robert-Koch-Instituts und der Weltgesundheitsorganisation. Untertitelung des ZDF für funk, 2017